hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren folge study valley folge 100 ja am tag 11 110 müsste es sein ja los geht's ich habe heute keine kopfhörer auf ich hoffe dass man das ingame nicht so hört also ich spreche jetzt einfach hier mein neues mikro vor mir und gleich zu riesen mailman in polen und hoffe dass man das nicht hört quasi wenn er weiß das genau da könnte man ja nicht in mine gehen also jedenfalls an gegenstimmen rammelig krabbenräuse erfahrt an erfahren alle wissen wie man eine räuse herstellt diese art an falle kann man dazu genutzt werden eine vielzeit von wasserkreaturen zu in süß und salzwissen zu fangen zu so viel oder platziere die räuse einfach im wasser und lege einen könig hinein am nächsten tag kannst du danach sehen was dir in die falle gegangen ist danach musst du einen neuen keller auslegen ist ja mega umständlich so wir haben post zukünftig werde ich es sehr schätzen wissen wenn du meinen privaten gegenstände nicht zu platzieren ist das im ganzen auszusehen ich bin sehr ungehalten nimm das geld und sprich niemand mehr über mein projekt okay das war glaube ich die louis stadt und tatsächlich die uns gerade das geld gebracht hat haben wir gerade noch mal die die folge angeschaut von dieser davor und weiß dass ich hier vergessen habe zeug an zu packen das machen wir natürlich noch schnell weil ich mich in meinen kisten hier durchfinde und dann machen wir gleich noch mal noch eine andere einstellung wenn mir in der letzten folge aufgefallen ist dass ich ja man kann hier kann man nicht kann man kann man kann man das ist nur hier den bildschirm ein bisschen größer machen also erstmal ist es für mich also man sieht dann halt einfach mehr und bei mir in der letzten folge ist ja passiert ist dass ich quasi nicht gesehen habe dass der mine weil falls euch erinnert nicht gesehen habe dass auf den holzplatten ich hätte ja gar nicht hinlaufen müssen ich habe es halt einfach nicht gesehen hallo hundi und ich habe in der letzten folge glaube ich da einmal den hund gestreichelt so gefühlt wächst hier schon was oder kann es weg bin mir nicht sicher wir lassen es mal wachsen ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr was ich hingepflanzt habe dann wir werden mal ganz viel kupfer und kohle abbauen gehen müssen weil ich das kupfer für die kleinen bomben brauchen und natürlich unmenge an kohle und wir müssen diese staubgeister töten weil da kann man dann habe ich wahrscheinlich schon fünf mal erzählt und fühle mich jetzt total klug und schlau das jetzt noch mal zu erzählen wir haben wir gestern in der letzten folge erst abgenommen ja unsere bäume sind fertig ne noch nicht nicht annähernd dann kriegt man nämlich einen special ring von der abenteuergilde den hätte ich gern und wir können gleich zu mani gehen und uns den autosammler holen oder auto petter ich weiß gar nicht eins von beiden hat sie doch ich wette aber das sonnertag mal nie hat bestimmt zu wie ich mein glück kennen 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 sowohl als auch natürlich der autosammler natürlich mega auto petter auch schauen wir es ist ein bisschen zeit wir pflanzen mal hier tatsächlich so im karree 1 2 3 4 na so da kommen die tiere nämlich nicht hin und können da das gras nicht wegfressen aber die fressen anscheinend eh nicht so viel und das scheint ja ich nachzuwerfen habt ihr jeden tag hier ist krass so jetzt habe ich hier ein mega bildschirm von mir ich sitze halt wieder so ein viertel meter 25 cm vor meinem bildschirm wird schon ein halber meter sein halt nicht vom fernseher natürlich weiter weg ist ich habe hier ein riesen bild vor mir das ist schon ich habe vergessen die dings zu sammeln ich hoffe wirklich das funktioniert jetzt gerade hier mit dem aufnehmen ich denke schon ich hoffe einfach ihr hört den ton nicht so sehr wir können den zu dings bringen wieder was fertig habe ich keine steine mehr doch da ich habe anscheinend keine arme mehr gehabt deswegen komisch ich kann ja ein video aufnehmen für meine daily routine dass ich hier jeden tag so mache und das dann online stellen wie die ganzen youtuber gerade machen tagtägliche routine zeigen der quatsch das interessiert schon neun jahr schon tierbedarf automatische ergreifung das wollen wir kaufen was meine ich gleich zwei können wir zwei kaufen dann reiten wir gleich mal ins weiter ich muss nachher nochmal auf meine liste gucken nach der folge ich hoffe ich denke dran ob wir dann wirklich es ist mega anstrengend ich spiele das spiel nicht da super spiel das spiel mit einer freundin auf der switch parallel und da sind ja die knöpfe getauscht ist ja bei nintendo so dass sie alle anderen knöpfe anders benutzen als alle anderen und das ist schon ganz schön anstrengend äh Venus ja wir brauchen glaube ich ne ne andere halt es tut mir leid kleines pferd aber wir werden nicht gleich hier an der bahn stehen lassen müssen dann gehen wir in die mine und mine da ein wenig rum ähm würde ich sagen so wie der falsche knöpfe ist ist fantastisch ähm weil wir wie gesagt sehr viel ähm Kohle brauchen und Kohle gibt es am besten auf diesen Ebenen wo nämlich oh und wir wollen natürlich unseren Kampfskill hochbringen ähm das hat man glaube ich auch noch da diese schwarzen kleinen Dinger da unten oh Magnetring kleiner Magnetring erhöht den Krasiumschmerzen die wollen doch den großen Magnetring muss ich sagen so äh diese kleinen schwarzen Hüpfer da die bringen halt auch diesen Ring ähm und je mehr wir natürlich machen ähm umso besser ist das und dann brauchen wir eigentlich auch Kupfer aber wir können auch Eisenhäuser nehmen je nachdem wieviel wir davon haben kann man dann Bomben bauen in diesen Bomben kann man dann ähm ganz praktischerweise einfach in die andere Mine gehen was bist du? bist du was? ne du bist einfach bloß ein ähm komischer okay ins Marktstein ähm ähm um dann halt einfach Sachen zu sprengen um viel schneller diese Steine weg zu bekommen damit einem da die bösen Monster nicht so sehr angreifen wir hatten wir waren glaube ich schon in der Andermine ja so dann habe ich glaube ich ganz viel auf den Sack gekriegt wenn ich das richtig in der Ruhe habe wenn wir noch nicht in der Andermine waren äh die ist ganz schön schwer man stirbt halt relativ zügig und verliert dann halt immer was das ist halt ein bisschen unglücklich äh das wollen wir natürlich nicht oh eine Notiz die wollen wir natürlich gleich einmal lesen also den macht sie ähm das ist das random Bild von wahrscheinlich Marni mit irgendwem da ist glaube ich gar nicht bekannt wozu das noch nötig ist das ist glaube ich noch eines der Geheimnisse also nicht bloß hier sondern insgesamt von Study Willi was man damit machen kann ähm weiß ich nicht man müsste mal suchen im Internet Zwergsschriftroller 2 und wenn man ähm diesen anderen Ring habe von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe wenn man diese schwarzen Viecher in den Massen tötet ähm dann bekommt man immer 2 Gegenstände also das ist die Chance da 2 Gegenstände zu erhalten also nicht den gleichen doppelt sondern tatsächlich 2 verschiedene Gegenstände aber wenn natürlich die Drop Rate für oh hier gibt es was äh für Fledermausflüge 90% ist bei Fledermäusen dann kriegt man natürlich 2 im besten Fall halt einfach 2 Fledermausflüge im schlechtesten Fall so so und hier gibt es jetzt quasi gar nichts jetzt haben wir das 18 Uhr ah das wird ja eine kurze Folge Freunde wenn ich das hier so richtig sehe ja wir haben ja noch ein bisschen also ein bisschen Zeit ist ja haben wir aber vorher schon viel gemacht mal gucken ähm ja auch hier wären tatsächlich schon Bomben gar nicht so schlecht um einfach voranzukommen dass man halt nicht seine Energie vorprüfert wie ich es jetzt mache und obwohl das natürlich alles schon deutlich besser läuft wenn man sich am Anfang wenn ich an den Anfang erinnert da haben wir halt quasi den Tag nicht geschafft weil wir halt ein bisschen Gartenarbeit gemacht haben jetzt läuft das natürlich schon deutlich besser wir sind trainierter und dennoch sieht man ja rechts wie es alles runter geht und ich hier nicht vorankomme oh das ist nervig und die falsche Taste drücke vor allem noch ein Hammer ich weiß gar nicht den können wir gleich in der Abenteuergilde verkaufen weil wir packen ihn halt in die Kiste wir werden dann wieder durch meinen Satz gerade ähm dann packe ich ihn in die Kiste es gibt eine Simpsons Folge wo wo ich glaube Marge Bart den Umgang mit Geld erklärt oder sowas und wenn er einen Penny hat soll er in den Hut stecken und sie singt dann so ein seltsames Lied wo man sich Pennies in den Hut stecken sagt ich glaube so war das das hatte ich gerade irgendwie im Kopf war das mit Äpfeln oder so ich hab keine Ahnung irgendwie auf jeden Fall war das ein sehr seltsames Lied über Pennies und Hüte und Geld sparen ich glaube weil er sich irgendwas kaufen wollte ich glaube dieses Computerspiel dieses eine was er dann klaut im Endeffekt Bonestorm ist das Bonestorm Maaam Bart raucht schon wieder weil er genau er ist bei Millhouse gewesen ist das eine Folge oder so ähm er war bei Millhouse und wollte da Bonestorm spielen der wollte Millhouse wollte ihn nicht spielen lassen Bart hat sich dann mit Millhouse gekabbelt und Millhouse rief schnell Maaam Bart raucht schon wieder quasi eigentlich auch nicht nett seinen Kumpel so zu verpfeifen so 55 50 50 und 10 10 schon 10 ehrlich und jade wie viel haben wir noch haben wir noch was anderes zu essen bei ja das hat jetzt nicht so viel gebracht wie ist denn doch ein Käse war kurz verwirrt wo mein Schwert ist ja es gibt immer ein bisschen Kohle ja jetzt kommen hier wieder diese Flähermäuse in Höhenmassen gucken gucken ob wir sie in Schach halten können wahrscheinlich schon weil sie brauchen ja bloß einen Schlag zwei Schläge hier waren wir schon sie hat ja immer sicher einen Ausgang bei dem Dings dabei deswegen können sie uns mal im A wecken oh hier ist ein Geist noch eine Zwergmenschupprolle welche fehlt uns denn noch aber jetzt müssen wir langsam los 0 Uhr ich will natürlich zumindest das hauptsende Dinge hinten noch töten so die Käse hier nach und dann gehen wir zurück würde ich sagen auf Teilneisen aufpacken den Autopäller noch hin und lassen das Pferd jetzt leider stehen Busseitestelle so er ist ja gar kein Autopäller ist ja der Autosammler sowohl wir als auch die Tiere wollen schlafen was sagt die Uhr Uhr äh jetzt muss ich jetzt ein bisschen was verkaufen aber ich glaube das wird knapp so wir haben ja jetzt Zeit mhm ah Zwergmenschuppschalte 2 die haben wir noch nicht bergunter abgegeben schnell 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 eins wie viel Kupfer und Kohle haben wir denn 61 Kohle und 200 noch was Kupfer das ist 2 noch was Kupfer ist nicht schlecht die Kohle ist halt ein bisschen wenig und davon bräuchte man auf jeden Fall mehr äh hier ist wahrscheinlich nix zum reinräumen hier was hier was so ein bisschen ah da ist noch ne Dings Essen drinne und ein Fisch wie ist das der Fisch da da äh wir haben 2 die sind dem ich nachher gefunden und die Geode muss hier rein richtig richtig so typ wir haben sie sogar 2 mal gefunden wir können sie dem Zwerg schenken und sie zugunter bringen so sehr schön wieder einen Tag geschafft sogar so im normalen Zeitrahmen erzählt und macht und tut ähm naja war jetzt nicht so richtig erfolgreich aber wir wir arbeiten ja für das große Ganze und nicht für das Geld ähm ich bedanke mich für immer fürs zuschauen und hoffe ihr seid auch das nächste Mal dabei hier auf YouTube mit mir mit Dave zu Study Valley bis dann, ciao!